Cross my heart, hope to die, through my lover, I'd never lie, it's that be true, I swear I'll try, in the end, it's him and I, he's got his head, but my mind, we got that love, the crazy kind, I am his, and he is mine, in the end, it's him and I. Also momentan bin ich hier Meister im Punktlandung, ey, es ist eine Minute vor sechs und mein Vlog ist jetzt gleich fertig. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und zu einem neuen Jahr, für mich ist ja jetzt der erste, erste, 2018 und das neue Jahr beginnt eigentlich so, wie das alte aufgehört hat, mit Arbeit. Es ist halb sieben und ich habe bis jetzt gearbeitet am PC, ich habe ein neues Intro geschnitten, ich hoffe, ihr habt das schon gesehen, also, ja klar, wenn ihr den Vlog jetzt seht, dann habt ihr es ja so oder so gesehen, aber vielleicht habt ihr es ja auch gestern schon gesehen. Ähm, ich hoffe, es gefällt euch, ich bin mal gespannt auf das Feedback, ich könnte eigentlich mal ganz kurz gucken, was ihr so sagt. Es war jetzt erst eine halbe Stunde, aber vielleicht gibt es schon Kommentar. Es war mir so kalt, ne? Ich glaube, ich lege mich gleich ins Bett. Mega Intro. Ich liebe das erste Intro von 2018. Leider kann ich dich nicht fünfmal abonnieren, ja, leider. Ich liebe auch jedes Intro, da merkt man, wie viel Mühe und Liebe du dir dabei gibst. Ich liebe alle Intros, Lieblingsintro auf jeden Fall März. Da habe ich angefangen, deine Videos zu schauen. Ah, hier auch März mit Vajana. Ich liebe alle Intros, am meisten gefällt mir der August, weil du auf den Bildern so herzlich strahlst. Oh, ihr seid so süß, ich kann mich nicht entscheiden, ich liebe alle Intros. Hi Vanessa, das Intro ist mega. Ein bisschen lang, aber schön. Ach, ihr seid so goldig. Dankeschön für eure Kommentare. Ja, das habe ich auf jeden Fall heute den ganzen Tag gemacht. Videos geschnitten, Vlogs geschnitten. Ich habe immer noch Herbes. Furchtbar, ich hasse das. Aber ich weiß warum. Ich habe nämlich, als ich nach, ich nehme ja immer so ein bisschen Vitamine. Und als ich nach Irland geflogen bin, habe ich die nicht mitgenommen und danach vergessen zu nehmen. Und wenn ich sie nehme, habe ich keinen Herbes. Naja, schön blöd. Ja, und sonst haben wir 2018. Ich habe den ganzen Tag am Laptop gesessen und jetzt ist es halb sieben und ich bin fertig. Und bin todmüde, weil ich kaum geschlafen habe. Ich war ja erst um neun zu Hause heute Morgen. Ja, ich habe noch nichts gegessen. Ich würde jetzt sagen, ich frühstücke jetzt. Aber es ist einfach 18.30 Uhr. Aber das ist halt das Erste, was ich esse. Also es ist im Prinzip Frühstück. Und Mittagessen und Abendessen gleichzeitig. Ja, geil. Styls liegt da oben und guckt gerade so merkwürdig. Styls, Babylein. Die anderen beiden sind irgendwo weg. Mal ab und an. Kommt nochmal so ein Silvesterknaller und dann rasten die aus. Also die haben halt Angst und verstecken sich. Styls, das geht eigentlich bei dem. Oh, mir ist so kalt irgendwie auf einmal. Ich glaube, ich lege mich jetzt echt gleich ins Bett und kusche mich ein. Mir ist richtig kalt. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr mir schreibt, was ihr so Silvester gemacht habt. Und, ähm, was kann ich euch noch sagen? Ich kann euch tatsächlich noch was sagen. Und zwar werde ich auf der Glow sein. Am 11. März in Dortmund. Das ist Sonntag. Und da werde ich sein. Ich glaube, am Samstag werde ich nicht da sein. Also am 10. Das steht aber noch nicht 100% fest. Aber bis jetzt. Aber Sonntag werde ich auf jeden Fall da sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch auf der Glow sein werdet. Würde mich sehr interessieren. Ich würde mich freuen. Und, ähm, ich mache mir jetzt Essen. Ich sollte definitiv was essen. Ich habe das letzte Mal gestern kurz vor der Arbeit gegessen. Nicht gut. Also, das mache ich jetzt. Ja. Nein, nicht unter die Decke. Aua. Du darfst nur oben drüber. Kleiner Schuss. Du kleiner. Du kleiner. Ja. Du darfst nur oben drüber. Ja. 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 Das ist übrigens voll geil. Das ist von Laura. Oh, jetzt ist es voll gesund. Line white. Styles macht Werbung. Das ist richtig lecker. Nein, das ist mein Line. Das ist mein Line. Bleibt hier beim Fuß. Okay. Was war das denn für eine Rolle? Übrigens, Leute. Ich chill hier gerade so hardcore im Bett. Ich komme aus der Dusche. Ich habe ein Wasserhaare. Demi hat schon wieder eine Fabletics-Kollektion rausgebracht. Sie killt mich. Sie killt mein Geld. Ich habe mir direkt was bestellt. Ich sterbe. Die Sachen sind so schön aus der Kollektion. Ich habe da auch was von gesnappt. Das ist so schön. Das ist, glaube ich, das Schönste. Und das hier auch. So geil. Ich werde jetzt noch ein Video schneiden. Für Mittwoch. Damit ich die nächsten Tage ein bisschen frei habe. Was sagen Sie dazu? Wollen Sie unter die Decke? Hm? Ist es da drunter? Nö? Oder doch? Hm? Dann nicht. Also doch. Ich kenne ihn doch. Den kleinen Stinker. Hallo. Hi, Bibi. Hallo. Tschüss. Tschüss. Alles erledigt für heute. Ich bin fertig. Ich habe mein komplettes Video fertig gemacht. Auch schon hochgeladen. Und Thumbnail gemacht. Hat eine ganze Weile gedauert. Ich weiß gar nicht, wie viel los ist. Viertel nach zwölf. Ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen YouTube-Videos gucken. Und dann versuchen zu schlafen. Ich hoffe, es klappt. Wenn man bedenkt, dass ich eigentlich erst heute Morgen gegen 10 schlafen gegangen bin. Schauen wir mal. Aber ich werde es versuchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht euch noch einen wunderschönen Abendtag. Wenn ihr diesen Video, diesen Video, diesen Vlog, dieses Video seht. Und dann bis morgen. Bye, bye.